Sie haben sie nach einem Mädchen genannt, das seine Meinung gesagt hat und dafür getötet wurde. Fast als hätten sie gesagt, sie wird anders sein. You're right. Malala liegt auf der Intensivstation. Sie wurde in den Kopf geschossen, weil sie es wagte, Schulbildung für Mädchen zu fordern. Ich bin immer noch 17, immer noch ein Teenager. I don't know how to tweet. Ich weiß nicht, wie man tweetert. Tweeted. Tweeted? Mhm. Die Menschen sollen aus meinen Erfahrungen lernen. Mein Vater hat mich nur Malala genannt. Er hat mich nicht zu Malala gemacht. Ich bin Malala. Es gibt einen Moment, in dem man entscheiden muss, ob man schweigt oder die Stimme erhebt. Die Taliban haben gesagt, Mädchen dürfen nicht zur Schule gehen. Und wenn doch, wisst ihr ja, was wir tun können. Ging du? Sie haben mir links in den Kopf geschossen. Sie dachten, die Kugel würde uns zum Schweigen bringen. Silence us! Niemand glaubte, dass sie überleben würde. Aber ich bin dieselbe Malala. Sie sind die selbe Malala. Ich erzähle meine Geschichte nicht, weil sie einzigartig ist. Es ist die Geschichte vieler Mädchen. Many girls. Der Friedensnobelpreis geht an Malala Yousafzai. Yousafzai. Sie sind unsere mächtigsten Waffe. Sie sind unsere mächtigsten Waffen. Sie sind unsere mächtigsten Waffen. Untertitelung des ZDF, 2020